Nur Auserwählte werden das Ende erreichen. Die Wurzeln der Menschheit verrotten. Darum treffe ich eine Auswahl. Völlig unbefleckte Seelen. Seelen, die sich niemals den Bösen beugen. Menschen, die von Geburt an auf ewig unbefleckt bleiben. Nur diese drei sind mir willkommen. Sammelt sie ein, Sir Garveyne. Was? Nur drei? Schade. Das ist wirklich bedauerlich. Doch auch dies soll der Aufrechterhaltung der Menschheit dienen. Und so beginnen wir nun mit der heiligen Strafe.